Hey jo Freunde, hier ist der Emmett und willkommen zu meinem Let's Play über Roblox. Ja und ich habe schon früher angekündigt, dass ich morgen Let's Playen werde. Ja und hier ist das so gute Let's Play. Und ich werde also Pausen machen, wenn es jetzt lange ist, dass ich keinen Bock hatte, euch immer zu zeigen ist. Das wäre dann so Ausnahmefälschung halt mal einmal irgendwas. So, wir sind ja gleich wieder. Und bevor ich noch Big Brother mache, und zwar ist mir der gute Alter. Du Big Brother, der Mann. Nein, das ist der Arschgesicht, der Mann. Ey, ich wollte schon mal reingehen, ich mache auch als eigene Let's Play, aber im Moment habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe also, ich bin nie am PC, also ich bin mehr so am S3 hingehen. Ich habe den S3 überbrochen, also S3, da gibt es die Oran mit dem S3. Das klang gerade hoch zu 0. Oh mein Gott, der macht mir eins. Oh mein Gott, der macht mir eins! Oh mein Gott, der macht mir eins! Oh mein Gott, der macht mir eins! Und ich wollte was sagen, also wir machen jetzt die Let's Play mal 20 Minuten. Halt die Marge aus, dann machen wir manchmal, wenn ihr Bock habt, so manchmal ein bisschen mehr. Ich kann aber nicht so, da dauert es 2 Stunden, um eins hochzuladen. Ich weiß auch, was man nicht kann. Also ich mache... Aber meist sollte nie dann 15 Minuten sein, das reicht eigentlich. Ich mache, wenn ich mal das Ding mache, mache ich schon lange. Also das, was ihr wollt. Ja, können wir das auch machen. Oh, halt schon! Ich will... Ne, der hat noch kurz, der hat gerade next Play in 3. Ich will... Da bin ich auch, aber ich habe zwei Recher zu, du hast keine Wien mehr. Play, der lebt noch. He is dead. Hmm, wie ist die Stirn hierher wenn man die einmal mit... Ey, leck mich doch, mein... Leck mich doch, am Fuck! Gib mir Oran! Ich bin tot, also lass mich mal... Ahhhh, es wird echt schnell! Oh fuck! Ich habe doch 100 Tüsse auf einen Trick gegeben. 100 Tüsse. Dadurch, ich hoffe, ich schaufe es. Leute! Kann man nicht diese Dinger auch treffen und einfach mal... LÜCK MICH DOCH ANFORT, NICHT SCHON WEDER. Ich kann man diese Pillen sich kaufen? Nein, keine Ahnung. Da war schon... nicht schon wieder. Ah, was hat er da für eine Ransierung? Halt schon mal auf den Punkt. Ah, das waren meine Freunde. Da... da ist er in dem Feld. Uuuuhhhhhh. Also man, der darf natürlich sehr befrunken sein. Kann sein. Ich glaube, ich wollte euch etwas zeigen und zwar... Also was heißt das Ding? The Innocence. Eigentlich heißen hier den echten Mörder von der Mutter. Ich schau das jetzt mal hätte. Und zwar heißen hier die echten... Also die... In echten Mörder heißen hier nicht Innocence, sondern Bystander. Ja, und auch nicht Cheryl, sondern Bystander mit Secret Ribbon. Ja, und... Also, die Innocence. Run from the Mörder. Speak together and witness crime. Kann ich kurz was sagen, ne? Ja. Also ich kenne doch ihr Small... Problem Terroristall. Da ist ein Film, wie ich in diesem... Da gibt es aber... Innocent, Innocent. Ich kenne dazu... Mörder heißt kein Mörder, sondern der heißt dann... Traitor. Und es gibt hier Detective, dann als Detektor. Also Sheriff, dann als Detective. Erst beim Detektor. Vor mir schlacht das gleiche auch Ding, äh... äh... Trouble Terroristall. Ich würde dann... Ich würde es jeden Tag zocken. Ah ja, wir holen uns vielleicht... Vor dem Terroristall oder so. Also Geld ist es nicht, ja. Ja, also ich... Wir gucken es mal, aber aufnehmen wird ein schweres Investor. Ich weiß ja. Was sagst du jetzt da? Er geht ja voll ins Arsch! Meines ist nur ein bisschen besser, also... Ganz kleines Stückchen. Ja, gut. Und ich mache jetzt mal weiter. Der Sheriff. Find the Mörder. Protect the Innocent. Outright lift the Mörder. Und kill... Und nicht. Komm nur zu diesem Dialog. Und drop ever! Und fahr... The Mörder. Halt down Players. Lose the Elf and... Shriekerie. Don't get shoot by the Sheriff. Was machen wir da aussieht? Genau! Mit der Penis! Der Gang... ... ist... Oh... ... mit ein paar AK! Ah! Sobald will ich noch nicht mal! Ich weiß nicht, du gehst weiter. Ich kann nicht die einen AK. Ah, was? Nein, ich kann nicht reden. Warte auf! Jetzt kommen die einen Waffen! Okay... Hier, der hat gerade den Schiss. Oh, x-ray! X-ray! Kommt eure Waffen rum, sei ihr Pussis! WAS? Nein, Sie müssen gleich ausbrechen! Ich kann es gegen mich ausbrechen! Ich kann es gleich erleben. Der Mann ist noch nicht mehr Pummel! Er ist zu spät. Ich kann es auch nicht mehr erleben! Dann sag ich ihm, der Mann ist mit Pummel! Was passiert da gerade? Ah, du hast nur den Lagen gemacht! Ja, okay. Der hat geknallt! Der hat geknallt! Wie ist er mit? Kann ich mich doch mitklauen? Es gab ein... Drei Mittag! Wir alle sind gestorben! Und der Traitor hat gewohnt ihn. Aber ich kann zumindest mal kurz gehen, denn es ist voll kalt. Geht nicht! Geht nicht! Geht nicht! Ja. Oh nein, das war's echt! Ich bin der Mörder! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Mein Arm ist stuck! Hallo, es ist die Familie von Brüder. Geht zu Telefieder, verstecken die sich mal gut. Yeti was Cort dazu vadr cittis az vide � Ich habe noch 2 Minuten und 2 Sekunden Ich bin mit der Bode, das ist wirklich Ich bin mit der Bode, das ist wirklich Ich bin mit der Bode, das ist wirklich Ich bin mit der Bode Ich bin mit der Bode Ich habe noch getroffen Wuhuuu Wuhuu Wuhuu Ja, wer ist noch da? Das ist das Gute Das ist das Gute Ich hab mir das aufgesaucht. Ich kenn den Versteck, mein Brudi! Ich schau mal aus, mein Brud! Ich hab mir das so glücklich gemacht... Ich muss die Toilette machen... Ich muss die Toilette machen... Mal gucken, ob die Waffe da ist. Das ist sie, das ist gut. Nein, ich hab jetzt noch jemanden... Es ist noch einer. Wo ist das Messer? Ah, hier ist keiner. Er liegt noch! Oh, jetzt muss ich Gas geben! Also, hier war ich einfach noch nicht. Wollen wir mal für Paschen? Alex, P... Ah, da gibt's nicht mehr... Gewonnen! Hier, da gibt's nicht mehr. Wollen wir angucken? Ach ja, ja, ja! Hat gewonnen! Warte, warte, mach jetzt mal, mach Pause, mach Pause! Ich will jetzt mal gucken, was ich jetzt bin. Ich hab gewonnen, den Jackpot! Nicht, da hat doch nur noch die Wurzel rausgezogen, der Afka! Puck! Jeder ist da! Jeder ist in die Toilette! Was ist da wohl passiert? Nichts! Ja! Da ist nichts passiert! Oh, ich bin in der... Oh! So meine Freunde, jetzt geht's weiter und ich bin jetzt der Sheriff und ich bin Papa! Ich habe Angst! Wer ist... Unwürdig! Ich gebe euch ein Tipp, wenn ihr Mörder spielt, dann... Nie im Leben... Versucht es nie im Leben, sofort eure Waffe rauszuziehen! Da weiß der Mörder Bescheid! Erstens verjagt euch dann jeder! Selbst wenn der Mörder euch jagt, dann halt... Seid ihr gearscht? Und drittens... Hm... Ich hab mal x... Es war x2x2x2x2x2x2x2! Ahaha! Doch so! Oh, das hört gar nicht! Das hört euch da raus, ich wollte gerade meiden! Deswegen muss das mal zu machen! Ich kenne mich noch an! Ahah! Das ist geil! Nein, ich bin 5. Ah, ich bin 5. Nein, ich bin 5. Nein, ich bin 5. Komm schon, meine Leute werden hier schön. Ja, 5 Leute, ist doch gut. Wir brauchen aber mehr. Oh nein, dann bin ich wieder 5. Das ist ja nicht so gut. Jetzt werde ich bestimmt wieder... Inu, Inu, Inu. Ah, Scheiße. Ich bin tot. Ja, hab ich doch gesagt. Inu. Zing, 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 zing. Egal, dann sag ich's mal tschüss. Das war's dann mit meinem weiteren Let's Play. Ich hab grad eine Stunde, so für 3,5 Stunden gewartet, damit ich alles hab. Und es hat euch Spaß gemacht. Liked uns, äh, liked das Video. Abonniert uns, wenn ihr wollt. Alles kostenlos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Emet. Ja.